Mit nur 50 Jahren ist der Schauspieler Martin Brauer am Freitag überraschend verstorben. Der gebürtige Rostocker war vor allem an deutschen Bühnen ein Star. Der mit dem Konrad Eckhoff-Preis geehrte Schweriner Schauspieler Martin Brauer ist tot. Wie das Mecklenburgische Staatstheater am Sonntag mitteilte, starb der 1971 in Rostock geborene Künstler überraschend in der Nacht zum Freitag. Kurz zuvor habe er noch mit Kolleginnen und Kollegen für eine der Wiedereröffnungspremieren des Hauses geprobt. Das Mecklenburgische Staatstheater verliebt mit Martin Brauer einen der führenden Protagonisten und einen sehr geschätzten Kollegen. Martin war ein Vollblutkünstler und ein Familienmannsch, sagte Generalintendant Lars Tietje und sprach den Angehörigen das Mitgefühl des gesamten Ensembles aus. Nach Engagements in Dresden, Berlin, Magdeburg und Leipzig war Brauer zerspült seit 2016-2017 an das Mecklenburgische Staatstheater gewechselt. Als Gastdozent unterrichtete er an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und arbeitete außerdem noch als Schlagzeuger mit dem Musikkabarettisten Reinhard Gräbe zusammen. Brauer wirkte auch in einigen Film- und Fernsehproduktionen mit. Im Kino war er in Fleisch isst man Gemüse, der Romanverfilmung von Heinz Strunk, als Bandmitglied Thorsten zu sehen. Episoden-Rollen hatte er in den TV-Serien Soko Wismar, Held und 2015 zuletzt in In aller Freundschaft. Die Gesellschaft der Freunde des Theaters zeichnete Brauer 2018 mit dem Eckhoff-Preis aus. Mit der Ehrung, die ein Konrad Eckhoff erinnert, der 1753 in Schwerin die erste deutsche Schauspielakademie gründete, werden jährlich herausragende schauspielerische Leistungen gewürdigt. In Schwerin stand Brauer unter anderem als Josef Thura in sein oder nicht sein sowie in Titelrollen der Stücke Lelium, Mephisto und Cyrano de Bejerac auf der Bühne.